Was ist die American Dental Association? Die American Dental Association ist die führende Informationsquelle zur Mundgesundheit und Zahnpflege für Zahnärzte und die Öffentlichkeit. Die 1859 gegründete Berufsorganisation der Zahnärzte ist entschlossen, die Öffentlichkeit über Mundgesundheitsthemen zu informieren, hohe ethische Standards im Beruf zu fördern und den wissenschaftlichen und zahnmedizinischen Fortschritt zu fördern. Die American Dental Association ist in der Lage, ihr Engagement für die Öffentlichkeit und die Fachleute durch Bildung und Forschung zu erfüllen. Für die Öffentlichkeit ist die American Dental Association eine großartige Informationsquelle. Beispielsweise können Menschen detaillierte Informationen zu Themen der Mundgesundheit finden, die von Zahnangst über Gingivitis bis hin zu Mundkrebs reichen. Darüber hinaus ist es eine gute Möglichkeit, einen Zahnarzt zu finden, der Mitglied der American Dental Association ist. Potenzielle Patienten wählen einfach den Typ des Zahnarztes, den sie benötigen, z.B. jemanden, der sich auf allgemeine Zahnheilkunde, Oralchirurgie, Kieferorthopädie oder orale Pathologie konzentriert. Dann geben sie ihre Stadt und ihr Bundesland ein und eine Liste der Zahnärzte in der Region wird erstellt. Für Zahnärzte ist die American Dental Association eine ebenso wertvolle Informationsquelle. Es soll Zahnärzten dabei helfen, ihre Praxen zu managen und ihren Patienten eine qualitativ hochwertige und zeitgemäße zahnärztliche Versorgung zu bieten. Mitgliedszahnärzte finden Informationen zu Weiterbildungskursen und Seminaren, obwohl die Anforderungen von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich sind. Es ist auch von Vorteil, Zahnärzte über aktuelle ethische und rechtliche Fragen, Versicherungsdebatten und Informationen zum Ruhestand zu informieren. Die American Dental Association ist auch die Verbindungsstelle für die internationale Gemeinschaft. Ziel ist es, Gemeinden auf der ganzen Welt über die Bedeutung der Mundpflege und der Zahngesundheit aufzuklären. Es ermutigt die Mitglieder, sich freiwillig in Ländern zu engagieren, die weniger entwickelt sind, um die Mundgesundheit der Menschen in diesen Ländern zu verbessern. Die Mitglieder, die an der internationalen Initiative teilnehmen, erhalten vom Verband eine Anerkennungsurkunde. Weitere Informationen, die über die American Dental Association erhältlich sind, umfassen Einzelheiten zu akkreditierten zahnärztlichen Schulen und zahnärztlichen Programmen, Berufsberatung, Fakten zu anderen zahnärztlichen Organisationen und Einzelheiten zu neuen zahnärztlichen Produkten. Darüber hinaus gibt es Informationen für Personen, die eine kostengünstige zahnärztliche Versorgung benötigen oder Menschen mit besonderen Behinderungen. Dies ist eine hervorragende Möglichkeit, die Beziehung einer Patientin zu ihrem Zahnarzt zu verbessern, indem sie eine Liste möglicher Fragen bereitstellen, die sie vor einem zahnärztlichen Eingriff stellen kann. Interessenten an einer Kontaktaufnahme mit der American Dental Association finden weitere Informationen auf ihrer Website oder können sich schriftlich an sie wenden. Es befindet sich in Chicago, Illinois und bietet Touren an.